Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Leonie möchte sich nicht in den Streit ihrer DSDS-Jury-Kollegen einmischen. Zu Beginn der Staffel hatte Dieter Bohlen, 69, mit einem sexistischen Spruch gegen die Kandidatin Jill Lang, 22, für Aufmerksamkeit gesorgt. Katja Krasawies, 26, hatte die Dartingshaut-Teilnehmerin daraufhin in Schutz genommen und den Poptitan kritisiert. Danach legte sie nochmal mit einem Distract nach. Ihre Freundin Leonie möchte sich aber aus der Angelegenheit lieber raushalten. Im Interview mit Radio Hamburg erzählte die Sängerin, dass sie nicht um den Zoff zwischen Dieter und Katja herumkomme, vor allem auf Social Media. Inzwischen habe sich das Ganze ein wenig gelegt, einschreiten wollte sie aber wohl ohnehin nicht. Das sind Sachen, die müsse. Hey guys, this is Gangsham. Dann subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.